Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Geralt, der nach längerer Suche endlich Jevin gefunden hat. Ja, und jetzt wollen wir noch mal sehen, ob der bereit ist, für unsere Sache hier zu kämpfen, nachdem wir für seine Sache gekämpft hatten. Was wünscht ihr, Wolf? Ich habe ein Angebot. Wollt ihr, dass die Salamandra vernichtet werden? Sie sind auch Däune und sie bereiten mir viele Sorgen. Was schwebt euch vor? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Ich kann nicht behaupten, dass ich Herr Pichterhoff bin, aber da ihr mir geholfen habt... Heißt das, dass ihr euch mit ihnen treffen werdet? Wann und wo, Wolf? In der Taverne Neunaracort, in Visimas Händlerviertel. Visima wird streng bewacht, aber für euch finde ich einen Weg. Wir sehen uns dort, Wolf. Wartet auf unser Signal. Okay, wie das wohl laufen soll? Ich sollte zu Trist gehen und ihr von dem Geheimtreffen erzählen. Naja, okay, gut. Alles klar, machen wir. Aber erstmal erledigen wir noch die letzten Geschäfte hier im Tempelbezirk. Und das wären... Das wären folgendes. Wir müssen... Ja, wir können, glaube ich, bei Carmen mal vorbeischauen. Ob das schon gewirkt hat. Und außerdem will ich unten auch in die Gaststätte, um dort im Lager unseren Hundeschmall zu holen. Damit wir den wiederum zum Totengräber bringen können und diese Geschichte beenden können. Das ist doch hervorragend. Ja, insofern fragen wir erstmal bei Carmen nach, würde ich sagen. Ja? Ich sprach mit Vincent. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ja so glücklich. Endlich. Er sagte, wenn mir so viel daran liegt, hat diese Liebe wohl eine Chance verdient. Das erste Mal, dass ich ihn hab, weinen sehen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe in letzter Zeit kein Haar mehr im Bett gefunden. Vielleicht... Na egal. Ich will ja nichts heraufbeschwören. Es wird alles wieder gut. Das ist schön zu hören. Wahre Liebe kann Wunder wirken. Juhu. Oho. Ernsthaft? Die Sache ist erfolgreich abgeschlossen worden. Na, das ist doch mal schön. Das freut mich. Gucken wir kurz nochmal mit Charakteren vorbei. Carmen, eine Prostituierte, die in Vincent verliebt ist, hat mich gebeten, ein Heilmittel für Likantropie zu finden. Und ich sagte ihr, wie sie ihren Liebsten heilen kann. Vincent ist kein Werwolf mehr. Und so steht seiner und Carmens Liebe nichts mehr im Wege. Na, und die Kriminellen werden sich sicher auch freuen, dass sie jetzt des Nachts wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können. Weil Supermais nicht auf der Weg ist. Okay, wen haben wir denn hier? Da hinten habe ich noch jemand Besonderes gesehen, oder? Oder noch jemand? Ne, das ist nur die Kellnerin. Gut, Leute, kurz mal mit dem Schankwirt sprechen, um ans Lager reinzukommen. So, und ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ne, wir haben fünfmal Hundeteig. Perfekt. Die nehmen wir alle rüber. Wunderbar. Damit ist der Hundevertrag auch erfüllt. Wolfspelze. Die können wir sicher irgendwo verkaufen. Die Rubine gebe ich mal wieder zurück. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist auch alles irrelevant. Von dem Zeug, was wir hier haben, will ich eigentlich alles mit dabei haben. Flattererfangszene weiß ich nur nicht. Wir müssen nur noch jemanden finden, wo ich die ganzen Monstersachen noch zum Teil zumindest verkaufen kann. Wir haben übrigens hier immer noch... Ah, okay. Der unbekannte Trank ist kein Unbekannter mehr. Das ist der DeVries-Extrakt. Den können wir rübernehmen. Den haben wir schon. Das steckt sich sehr gut. Und hier haben wir tatsächlich immer noch einen unbekannten Trank, interessanterweise. Schwalbe, bringe ich mal hier hoch. Gut. Also das sieht gut aus. Hier unten ist ein bisschen zu voll. Da wären so drei, vier, fünf Verkäufe ganz hilfreich. Soltan, aber der hat in der Regel nie was Neues. Ah, gut. Schauen wir mal. Kann das sein, dass der Totengräber auch die Monstersachen aufkauft? Das probieren wir gleich mal aus. Das wäre jetzt gut. Aber ansonsten ist das dann der letzte Auftrag. Nein, nicht der letzte. Wir haben doch einen mit Gorgonen-Federn. Aber Gorgonen haben wir überhaupt noch nicht getroffen. Ach, ihr. Insofern derzeit noch keine Chance, diesen Auftrag zu erfüllen. Dann haben wir noch die Geschichte, die aber keine richtige Quest ist, mit der Laute für Rittersporn. Aber da kann man, glaube ich, nicht sinnvoll aktiv irgendwie suchen. Das wird dann irgendwann auf uns zukommen, denke ich mal. Irgendwann sehen wir einfach eine Laute. So, Totengräber. Lange nicht gesehen, aber ich habe was Tolles. Was braucht ihr? Ah, warte mal. Ist das denn... Ist der Friedhof immer noch geschlossen? Der wurde kürzlich wieder geöffnet. Doch seid wachsam. Ungeheuer? Ganze Scharen. Aber das kennen wir ja nun schon, ne? Was braucht ihr? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Ich habe sechs Töpfe Hundefett. Ich benutze das Fett für meine Sarge. Hier ist euer Lohn. Dieses Lachen. Lebt wohl. Sehr schön. Prima. 100 Ohrens. Immerhin. Da sagen wir nicht nein. Okay, das heißt, jetzt zunächst mit Triss sprechen. Und dann möglicherweise ins Gasthaus. Aber was machen wir, wenn Triss wiederum schon im Gasthaus ist? Hm. Das wäre dann nicht sonnendlich vertraulich. Mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Ich hätte auch durch den Friedhof gehen können, fällt mir gerade auf. Aber ob das jetzt so viel schneller ist, weiß ich auch nicht. Gut. Und ehrlich gesagt, bin ich auch schon gespannt, wo uns das nächste Kapitel... Und die Tatsache, dass wir kaum noch so kleinere Quests offen haben, ist für mich ein Indiz, dass das nächste Kapitel nicht weit entfernt sein kann, wo uns das dann hinführt. Es gibt ja hier noch so versperrte Bereiche. Also ich bin echt gespannt. Mit euren Waffen würde ich der Waffe aus dem Weg gehen. Aber jetzt wollen wir nicht vorgreifen. Erstmal hören, was Triss zu sagen hat am Leuwarden. Und wie das hier weitergeht. Wer steht da? Achso, die stellen sich alle nur unter, wegen des Regens. Ja gut, klar ist natürlich, dass hier diese ganzen Anweisungen bezüglich... Ah, Triss ist unten. Sehr gut. Und bezüglich dieser Pest, dass das alles irgendwie gefaked ist, scheinbar. Möglicherweise ist der König nicht er selbst oder so in der Geschichten. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzerrtet wird. Ach, Alvin, komm. Um Alvin kümmert sich doch gar keiner. Der wird doch nicht verzerrtet. Der wird verrückt. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Reichzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt. Ah, okay. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Ah, okay. Ich überlege kurz. Aber wir haben jetzt wirklich alles erledigt. Insofern ist das jetzt ein perfekter Zeitpunkt, würde ich sagen. Es ist nichts mehr offen, meines Erachtens, von den kurzfristigen Geschichten. Nö, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir treffen uns im Neunarra-Kord. Ich informiere die interessierten Parteien. Woher wisst ihr, wer... Ich bin eine Zauberin. Erinnert ihr euch? Und ihr denkt so laut, dass ich nicht anders kann, als eure Gedanken zu lesen. Hm. Okay. Ich sollte zum Neunarra-Kord gehen. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass wir noch ein bisschen Toxizität haben. Okay, Triss ist auch unterwegs. Na ja, wir gehen mal vor. Ich meinte, wir könnten da noch einen Trank nehmen. Das könnten wir aber auch im Zweifel dann machen. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass es jetzt... Na, man weiß nicht, was jetzt passieren wird. So, wartet mal. Wo geht's lang? Da geht's lang. Raus nach, das ist besser. Ich hab die Wäsche draußen. Echt denn? Es wird überall matschig. Äh, Vincent Mice? Ihr seid in Gefahr. Was? Warum? Die Bürgerwehr erfuhr von euren Treffen. Die Salamandre haben Spione in der Armee. Ihr müsst fliehen. Das werde ich nicht. Ich muss mit den anderen reden. Die Salamander werden bald hier sein. Dann trotze ich ihnen. Los, lauft weg. Puh, ihr habt wohl keine hohe Meinung von mir? Ich lasse euch nie und nimmer im Stich. Ich dachte mir schon, dass ihr bleibt und kämpft. Meine Leute sind bereit. Sie kamen freiwillig. Ihr könntet getötet werden. Sollte euch etwas geschehen, wird Carmen es verstehen. Statt wachen? Wie konntet ihr? Ihr seid nicht die einzigen mit Informanten in der Armee. Vincent, es war töricht, sich mit dem Hexer zu verbinden. Ihr habt keine Chance. Wir werden sehen. Das ist euer Ende! Okay, warte, 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 warte. Ich geh mal jetzt mal ein bisschen weg. Ich glaube, wir brauchen doch mal einen Trank. Beziehungsweise richtige Waffe. Pass mal auf, wir machen mal folgendes. Ich mach mal einen Schutz. Der uns nur halb hilft. Aber das heißt, wir haben jetzt die Zeit, doch eine Schwalbe zu trinken. Ja, toll, der Schutz hilft irgendwie gar nicht, oder? Na gut, gehen wir in den Kampf. Irgendwie kommen wir hier nicht richtig gut zu Potten. Verdammt. Ihr werdet langsam. Ich wollte eigentlich auf Igni gehen. Leute, so geht das nicht. Okay, das war besser. Jetzt kommt wieder dieses Viech. Oh, meine Güte. Der Kampf ist nicht ohne. Ja, ist ein bisschen das Problem, dass man hier in einen Kampf geworfen wird, von dem man vorher nichts weiß. Ich sollte mich da einfach besser vorbereiten, bevor ich in den Laden rein marschiere. Ja, ich werde nochmal neu laden und dann einfach meine Schwerter mal schleifen und vielleicht, ja, noch einen besseren Trank nehmen oder ähnliches. Wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Freunde, jetzt habe ich sowohl Schwalbe als auch Waldkauz genommen. Ich denke, der Malmstein sollte reichen, wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, gleich auf Igni umzusteigen. Dann müsste das eigentlich klappen. Was? So, das kennen wir schon. Statt wachen? Das klicken wir auch weg. Winzer. Wie er wehr? So, ich gehe wieder in die Ecke. Ich werde mich eigentlich ganz gut. So, kommt hier jemand? Ja, zwei kommen. Das ist schon mal okay. Ah, ich Idiot, ey. Mein dieser Schwertproblem. Okay, das lief schon mal besser. Okay, Lebensenergie sieht gut aus. Okay, die haben Zauberer da, sehe ich gerade. Das ist natürlich ungünstig. Aber wir können ja auch zaubern. Ha! Gut. Ein harter Ordnungshüter, eine Hure aus dem Elendsviertel. Wahre Liebe. Liebe, die sogar einen Fluch überwindet. Ein Märchen. In einer Welt voller Häme und Gemeinheit, einer Welt voller Banditen und Mörder, kann wahre Liebe immer noch Wunder wirken. Wenn etwas verloren scheint, sollte man kämpfen. Ein Märchen. Okay, der Kampf geht weiter. Komisch. Keine Ahnung, was ist das jetzt hier für ein Einwurfer? Ach, findest du den Weg noch? So, wir müssen das Viech noch besiegen. Da gehe ich mal aufs Silberschwert. Nee, schneller Kampfstil. Okay. So, das hätten wir. Wir sprechen gleich mit Vincent, aber ich kläre nochmal hier kurz das, was die hier bei sich hatten. Wobei, Salamandere Abzeichen brauchen wir gar nicht mehr mitnehmen. Mir fällt auch nicht. Den Zwergen brandt schon. So, was ist noch hier oben? Hier war doch ein Magier, ne? Hat der noch irgendwas Besonderes gehabt? So, wir nehmen nur das Geld. Habe ich den Magier schon geplündert? Hier vorne, da brennen sogar noch die Parallel. Wahnsinn. Okay, Vincent. Wie geht's? Behalt euch! Wir müssen hoch. Alles klar, ich verstehe. Da findet die Versammlung statt. Die haben möglicherweise gar nichts davon bemerkt. Heaven, Triss, perfekt. Endlich seid ihr hier, Wolf. Seid gegrüßt. Wir haben auf euch gewartet. Schon was entschieden? Yevon hat sich zur Kooperation entschlossen. Unter bestimmten Bedingungen, Deune. Um die Bedingungen kümmern wir uns später. Alles ist bereit. Bereit? Teleportation, Wolf. Dank des Steins, den ihr beschafft habt. Triss, teleportiert euch und Yevon zum Stützpunkt der Salamandra, wo ihr das Portal öffnen werdet. Wann? Das ist der letzte Punkt, den wir noch entscheiden müssen. Still. Ich höre Schritte. Das Tor ist verschlossen. Aufmachen! Im Namen von König Volthest und der flammenden Rose! Das ist die Wette. Das hab ich so nicht geplant. Wir wissen von eurem illegalen Treffen mit dem Elfen. Öffnet oder ihr werdet hängen! Zauberin, teleportiert uns sofort. Meine Einheit ist bereit. Seid ihr verrückt? Er hat recht, Geralt. Das könnte unsere einzige Chance sein. Alginbaga, hara. Ich habe mal einen Magier ohne Beine aus einer Teleportation kommen sehen. Ja, danke. Wir kamen fünf Minuten später hinterher. Auf drei schlagen wir die Tür ein! Vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit. Dark Ambra der Hardrian. Okay. Wir sind im Salamandra-Stützpunkt. Aber allein. Kichimor-Arbeiter. Wo ist Yevon? Was ist hier los? Hm. Okay. Noch wirkt unsere Schwalbe. Das ist schon mal gut. Keine Ahnung. Wo bin ich? Diesmal hat es die Zauberin übertrieben. Ja, ich meinte der Ort ist richtig. Aber Yevon ist nicht da. Jawohl. Besser hier als wieder auf seinem Empfang. Okay. Und wie kommen wir hier durch? Können wir Feuer machen hier? Oder können wir Art machen? Ist es dieser Hexe? Art. Alles klar. Okay. So, richtige Waffe? Nein. Er hat natürlich das Silberschwert gezogen. So, jetzt aber. Okay. Ja, es ist diese Hexe. Genau. So. Fünf sind es. Hm. Mal sehen. Vielleicht müssen wir nicht mit allen sofort kämpfen. Die hinteren müssen nicht unbedingt kommen. Das ist auch gut. Ja. Gehen wir gleich mal in den Gruppenkampf. Und erledigen das so. Nimm das. Dann brauchen wir auch keinen Gruppenkampf. Aha. Hier geht der schwere Kampfstil gegen diese Soldaten auch besser. Ich hatte die verwechselt mit den Moichlern. Fistek. Nehmen wir nochmal mit. Gut. Dann. Sollte das kein Problem sein, jetzt die anderen auch noch zu besiegen. Kommt her. Ihr Recken. Ich werde euch töten. Okay, das waren alle. Dann gucken wir uns hier mal um. Was das hier ist. Ob wir noch was Interessantes finden. Wo wir hier hin müssen. Da haben wir Beutel. So. Irgendwas wirkt jetzt gerade nicht mehr. Wir haben noch Schwalbe und wir haben noch Waldkauz. Schwalbe wirkt nicht mehr allzu lang. Aber im Zweifel können wir die Vergiftung auch wieder runter bekommen. Schleifstein nehmen wir durchaus mit. Sind das noch Überreste? Achso, das ist er gewesen, wo wir eben waren. Ja, alles klar. Da hinten. Den haben wir schon. Hier haben wir noch eine Holztruhe. Oh, sehr schön. Das lohnt sich. Wein wird gern gesehen. Ring ebenso. Über Flüche und die Verfluchten kennen wir, aber kann man ganz gut verkaufen. Nehmen wir mit, würde ich sagen. So, dann haben wir hier alles untersucht. Das sind nur Betten oder was? Oh mein Gott. Drei Etagenbetten. Also Salamandra möchte ich nur auch nicht sein. Korridor. Jeven, da hinten. Er kämpft. Er kämpft nicht. Der Wett zu kümmern. Aber vorher hat sie als Urs Schild auf euch gewirkt. Als Urs Schild? Ein mächtiger Zauber. Aus dem Buch, das ihr im Sumpf gefunden habt. Seltsam. Ich erinnere mich nicht, ihr das gegeben zu haben. Hexer. Meine Waffenbrüder warten. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Irgendeine Idee? Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal, das meinesgleichen vor Jahren schufen. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. Zum Glück gibt es ihr einen rechter Hand. Allerdings durch Magie geschützt. Mhm. Und das bedeutet, wir müssen jemanden mit dem Schlüssel zum Tor finden, damit wir die Scoia-Tel hereinlassen können. Okay. Gucken wir uns die Quest nochmal an. Also, ich habe den Machtstein und kann jetzt das Portal aktivieren, um die Verstärkung hereinzulassen. Ah, okay. Also, wir brauchen gar nicht niemanden mehr finden, oder? Alvaros-Portal ist direkt hier vorne. Okay. Da ist ein Magier. Ja, können wir das nur aktivieren? Boah, das ist ja eine Menge. Offenbar haben wir schon alles, was wir da verbrauchen. Okay. Ha! Nur zu dritt. Okay, das sieht aus wie eine große Schlacht, die da jetzt... Ihr seid witzig! Ah, nee. Alles klar. Sehr schön. Prima. Dann wenden wir jetzt mal ganz hübsch Feuer an. Und dann sollten wir selber mal mitkämpfen, ne? Und nicht hier in der Mitte stehen. Ja, ist doch kein Problem. Fliegen die da schon, oder was? Und dann die Nächsten. Ah, der Magier steht noch. Boah, da kommt ja noch mehr Verstärkung. Ach, dieses Viech ist jetzt auch noch da. Ja, das müssen wir auch noch bekämpfen. Okay, haben wir dann mit dem anderen Schwert. Bitte mit dem. So, da hinten ist auch noch ein Salamandra. Ein einsamer. Das machen wir aber auf diese Art und Weise. Und da ist noch ein Magier. Gut, da kommen immer mehr. Und Asa Javet steht da auch. Können wir den angreifen? Was ist denn das für ein Kram? Ach, zum Teufel damit. Weißer Wolf. Wir haben euch erwartet. Ich sehe, wir sind alle hier. Gut. Bringen wir es zu Ende. Ich habe euch im Sumpf unterschätzt. Aber diesmal überrascht ihr mich nicht. Ihr verfolgt euer Ziel um jeden Preis. Die Elfen, die ihr hierher gebracht habt, sind des Todes. Da bin ich anderer Meinung. Das Elfenvolk ist zum Aussterben verurteilt. Wir Menschen beschleunigen das Unvermeidliche nur. Zeigt Weisheit. Und ihr werdet den großen Plan zu sehen bekommen. Und wenn ich mich weigere? Wird sich auch nichts ändern, außer dass es dann eben einen Hexer weniger gibt. Der große Plan sieht alle Möglichkeiten voraus. Schließt euch uns an oder steht uns wenigstens nicht im Weg. Spuckt es aus. Ihr kämpft im Namen vager Prinzipien für eine Sache. Ihr irrt durch ein Labyrinth von Ränken, die andere schmieden. Ihr kennt den großen Plan nicht. Das Land wird von einem degenerierten Monarchen regiert, der viele Jahre lang zuließ, dass seine monströse Tochter Bürger ermordete. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges zu, dass Nilfgaard benachbarte, verbündete Reiche plünderte und brandschatzte. Kommt zum Schluss. Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen? Ihr wisst nicht, was diese Nutten alles getan haben, um Einfluss auf die Nachkriegsabkommen zu nehmen. Die Umsiedlungen, Deportationen, die offene Frage der Scoia-Tel und anderes. Und eure brillante Schlussfolgerung? Die Salamandra sind nicht böse. Nicht böse als all jene, die gewillt sind, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Hm. Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Javet? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat. Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Die Zukunft? Evolution oder Schicksal? Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Lieber kämpfe ich gegen einen Albtraum und sei es hoffnungslos. Diesmal überrascht ihr mich nicht. Und jetzt sterbt! Wie? Als nur das Schild. Professor, kümmert euch um ihn. Ich habe keine Gegenzauber. Aha! Okay. Da ist er schon wieder ausgetrickst worden. Und nun? Javet unterlag im Sumpf. Er hätte mich leicht vernichten und mit dem Buch entkommen können. Doch er verlor es und floh. Alsurs Schild hat bestens funktioniert. Javet floh und ließ den Professor zurück. Nächstes Mal lasse ich ihn nicht entkommen. Gerold, seid ihr wohl auf? Javet, was ist passiert? Ihr habt einen mächtigen Hieb abbekommen. Der Spruch der Zauberin muss euch beschützt haben. Alsurs Schild. Der Professor ist entkommen. Und diese Barriere versperrt uns den Weg. Überlass das mir. Okay. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Professor noch zu jagen. Die anderen können uns nicht mehr helfen. Gut, liebe Leute. Dann verlassen wir erstmal hier Geralt und machen das nächste Mal eben mit dieser Jagd weiter. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall. Also bis zum trapped sein. Sieszenumsch. 치�úrsch. Ah,유, ich bin swit. vor今年 habe ich. tv HOWE ощущere.